Es ist nicht weiter erforschenswert, da bekannt ist, dass er immer nur das Gleiche produziert, das die Basis von allem ist. Es will aber nicht wissen, warum das Leben zu Leben gekommen ist. Denn das soll es nicht wissen wollen, denn im Falle man bekäme darauf eine Antwort, könnte es sein, dass die Fortsetzung desselben sich gegebenenfalls verunmöglichen würde. Und dem sei, dem soll, diesen Anfängen soll gewährt werden bereits.